Okay, auf den Weg. Oh, da ist ein Zombie. Gut. Da sind nicht nur Zombies, hier sind eine Menge Creeper, Zombies, Skelette. Nicht dich, die Zombies. Wenn du die Creeper zu meinem Haus hinbringst, ich ess dich auf. Ich glaub, ich bin sowieso schon viel zu weit gelaufen. Das macht ihr übrigens wirklich, Nikos, ich würde mich da drauf verlassen. Okay, wo suchen wir den denn? Wir, also der königliche Suchtrupp hat sich jetzt zusammengefunden und wir suchen jetzt in diese Richtung. Mitkommen. Halt, nein, nein. Hier lang. Er hat gesagt, dass er zum Mond läuft, das heißt, er muss irgendwo da drüben sein. Das heißt nichts. Er läuft Richtung Mond. Ja, aber der könnte, der könnte aber auch schon lange an uns im Haus bleiben. Also ich, ja, ich glaube, ich bin nämlich schon längst vorbeigelaufen, weil ich hab hier nämlich zum Beispiel... Oh, das ist ein Creeper, Mann. Ja, Mann, ich lass ihn doch explodieren. So, ich hab jetzt hier zum Beispiel Kürbisse. Ups. Du hast Kürbisse? Ja, bring die mit, dann machen wir Halloween. So, zwei Wochen später. So, gut. Und das ist ein Archer. Ja. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ganz viel. Ich weiß nicht. Wir stehen hier am Ende der Welt und wir haben keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Ja. Nico, wo ist gerade der Mond bei dir? Fangen wir mal so an. Vor mir. Kevin, das hilft nicht viel. Das sagt nur eine Richtung. Das heißt aber nicht, dass ich schon an euch vorbeigelaufen bin oder nicht. Überall Creeper. Ja gut, komm, es bringt ja nichts. Wir müssen ihn jetzt suchen. Also, ich geh ihn jetzt suchen und wir bauen ihn am besten, teilen wir uns auf. Das heißt, du gehst jetzt... Nein, wir teilen uns nicht auf. Das ist jetzt wie in so einem Horrorfilm. Ich wollte gerade sagen, wir teilen uns am Horrorfilm. Nein, nein, tun wir nicht. Gut, dann komm mit. Komm mit, du Weicher. Wir suchen ihn jetzt hier unten. Das könnte sowieso, dass ich gleich verrecke. Weil hier eine Spinne ist und ich mich nur mit Wolle wehren kann. Wolle kann sehr tödlich sein, wenn man weiß, wer es töd ist. Okay, die war nicht tödlich. Aber warte mal, wenn du jetzt wieder am Ausgangspunkt anfängst, ich weiß noch, wo der Ausgangspunkt ist. Ich glaube auch, ja. Das heißt, komm, wir laufen dir jetzt mal entgegen. Also, ich muss... Komm, wir suchen den Ausgangspunkt. Oh Gott, ein Creeper. Okay. Wie, der ist hier, der Ausgangspunkt? Nein, der ist da drüben, auf den Hügeln. Gut, dann gehen wir da jetzt... Da haben wir angefangen. Oh, oh, ein Skelett mit goldener Rüstung. Oh, töten, töten. Sehe ich, sehe ich, ich sehe euch. Ja, höh, töten. Oh nein, meine Axt ist ausgelaufen. Oh nein, ähm, wo ist das Skelett hin? Wo ist die goldene Rüstung hin? Ich glaube, die hat er mit ins Grab genommen, sprichwörtlich. So. Wohlchen. Okay, kehren wir zurück. Wir haben das verlorene Schaf gefunden. Gut, dann... Machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Schaut mal, was ist denn da? Was ist da? Das ist voll fancy. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist ein Pilz. Das ist... Was ist das? Das ist ein Pilz. Nein, das ist ein Pilz. Was ist das? Das ist ein Pilz. Das ist das für ein gigantischer Pilz. Was ist ein Pilz? Mann. Da ist auch ein Creeper und ein Zombie. Ja, dann töten wir sie. Ich will, dass der Pilz nicht in ihn hinein lässt. Ja gut, dann nimm das mit und dann machen wir Omelette mit Jumping House. Das ist gut. Was ist das für ein Pilz, Mann. Also, die haben allen Stadtwachen ins Krieg geschossen. Mit Ziegel. Hier müssen wir hoch, oder? Äh, ja, da müssen wir hoch. Da geht es so bei dem Königreich. Weiter. Wir sollten unser Königreich irgendwie besser markieren. So mit dem Schild, hier fängt das Königreich an. Ja, aber... Wir sollten mal Schild aufstellen. Mit so einem Pfeil drauf, wo es hingeht. Ja, noch 200 Blöcke bis zum Kefkonischen Reich. Finde ich gut. Bei der nächsten Halte links abbiegen. Ja. Nein, 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 nein. Wir hier, die gehen in mein Haus. Ich ziehe weg, aua. Ach, ihr seid doch scheiße, ey. Okay. Also, wir haben hier jetzt ganz viele Krater. Haben wir wieder Betten? Ja, wir haben... Nein, wir haben noch nicht ganz viele Betten. Egal, mach mal die Tür auf. Und diesmal machst du die Tür zu. Oh, unser Wasser ist weg. Ach, davon reden wir doch die ganze Zeit. Wir haben doch jetzt Eisen und können da ein neues machen. Maschur, kann man den essen? Nein, jetzt habe ich den gepflanzt. Also, du weißt doch nicht mal, ob der gut ist. Und du frisst den einfach? Ja, sicher. Nein, der kann man nicht essen. Nein, man muss den aus einer Schale essen, Kevin. Aber was hat man hier hier schon wieder gemacht? Warum ist das Stein? Ich weiß nicht, der war schon immer Stein. Nein, der war nicht immer Stein, in ihren Fehlkonstruktionen. Hier, Fehlkonstruktionen. Gangpowder. Wer von euch hat den Schießpulver entdeckt? Olli? Olli, was zur Hölle? Das war ja gut. Olli, lebst du irgendwie in den Mien? Gerade ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Olli so dieser Held in den Filmen ist, der irgendwie im zweiten Akt verschwindet und dann im dritten Akt die lodernde Rüstung anhat. Ja, ganz ehrlich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Gander. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal ans Tageslicht komme, bin ich in goldener Rüstung ausgerüstet und... Weiß ich nicht, Level... Und hast du einen Bart bis zu den Beinen. Ja. Level 70 Full-Equip. So, hier ist ein Loch, da kann man dann wieder Wasser rein. Wenn wir jemals wieder Wasser finden. Ja, das ist überall Wasser in der Gegend, okay? Das ist ja wohl kein Problem. In den Innenhöhlen haben wir auch Wasser, Kevin. Äh. Eben. Was ist jetzt so... Äh. Korrekt. Verschwindet ein bisschen meine Quip, wenn ich zu lange nicht zurückkomme und es hole. Äh, keine Ahnung. Weil dann hat entweder der Olli meine Leiche gelootet. Ich habe deine Leiche bis jetzt noch nicht gefunden. Dann ist meine Quip leider weg. Und somit auch das... Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Also, ich bin an dieser Wasserquelle in der Höhle gestorben. Okay. Okay, dann bin ich definitiv nicht. Äh. Mal kurz mit Frage. Wie macht man sich eigentlich ein Bett? Äh. Drei Holz und drei Wolle. Haben wir ja noch Wolle. Äh. Okay. Wolle und drei Holzbalken, oder was? Ja. In der Mitte die Wolle und dann drei Holzbalken. Da drunter. Okay. Versuchen wir das mal. Hm. 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 Ich bin jetzt sogar schon gezwungen, mir ein vorläufiges provisorisches Basislager zu errichten. Den sehen wir nie wieder. Den sehen wir nie wieder, das glaube ich auch. Haben wir Eisen? Wir haben, ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Da unten haben wir Eisen. Wir haben Iron Ore, ja. Roheisen habe ich gefunden, ja. Okay, gut. Ich hoffe, das ist genug, um auch tatsächlich... Ich probiere mal. Spinnen! Warum kann ich... Oh ja, damit können wir Eisen machen. Äh, was zum... Spinnen! Alter, Tür zu! Spinnen! Wehe, ich sehe noch einmal, dass die Tür offen ist. Okay, die Betten sind wieder da. Ich stehe jetzt bitte hier. Ah, sehr gut. Spinnen! Iron Ingrid. Iron Ingrid. Ich wiederhole, Spinnen! Ja, geht nicht. Ihr seid doch... Ey, ihr seid doch unfähig. Warum bist du... schon wieder da rausgegangen, Mann? Wieso wieder raus? Ich war nicht drin. Warum nicht? Ja, warum soll ich denn da drin machen? Wir können da drin nichts machen. Nee, ich glaube, uns fehlt ein Eisen für einen Eimer. Da ist ein Spinner von unserem Dach, glaube ich. Oli, hast du Eisen? Äh, ja. Ich komme mal Eisen. Da sind Spinnen von unserem Dach. Warum nicht hinter dir? Warte. Wie machen die sich jetzt gerade? Irgendwie steht alle Welt auf meine Konstruktion. Die sind alle nur meinig. Wecke Spinne. So. Bitteschön. So, ein neuer Tag bricht an. So, äh, wenn nicht mehr ziemlich viel Holz, kann das sein? Nee, wir müssen... Wir müssen mal wieder ein bisschen Holz sammeln. Ich wollte mal einfach zu den Treppen und hoffe... Warte, du musst nicht zeitlich irgendwo links oder rechts abbiegen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier... einen Cut, denn hier ist jetzt ein neuer Tag. Und dann sehen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen können. Und der Nico hat eine dämliche Kappe. Gut. Und ich habe dämliche Schuhe. Gut, bis zum nächsten Mal.